so und herzlich willkommen zurück zu harry potter und der stein der weisen wir begeben uns zum kerker denn wir haben jetzt das faulty hirn für professor snape mal sehen wir werden jede menge ärger bekommen wenn er uns hier erwischt er glaubt dass wir es gestohlen haben gut machen ab so dann werde ich hier auf dich warten wenn ich ans nicht denke wird mir ganz anders also willst du so unterricht schwänzen profi das faulty hirn gefunden warst du wirklich so schlau es zu finden oder hast du es aus schuldgefühl zurückgebracht wo hast du es denn gefunden in deinem eigenen schenken bringe es in den klassen raum danke danke snape ich weiß es sehr zu schätzen gut dann bekommen wir aber gleich wieder neue bohnen ich glaube das sind die grünen bohnen wenn ich hier an denke bekomme ich wieder albträume zum porträt zimmer das sind die grünen oder bist du auf dem weg zum zaubertrank unterricht harry verspäte dich bloß nicht snape kann sehr gemein sein er findet immer einen grund strafpunkte für griffindor zu verteilen wir brauchen grüne bohnen in allen geschmacksrichtungen für unser nächstes experiment du weißt schon die mit rollpopel geschmack bring uns die bohnen und wir verraten dir das passwort für das porträt das porträt hier oh du willst mich doch nicht etwa verfluchen oder doch normalerweise ist es immer so friedlich und ruhig hier aber zurzeit spielt sich hier wirklich seltsame dinge ab ich kann dir einen Ort zeigen an dem du dich verstecken kannst wenn du mir das passwort sagst also mal los und sei bitte sehr sehr vorsichtig das werde ich sein vielen dank für die vorwarnung aber gut aber gut oh nein Hermine okay was haben wir hier Verteidigung gegen die dunklen Künste ich bin mir nicht so sicher ob das wirklich im Kerker war der Klassenraum aber okay Hermine ach komm gehen wir zu Hermine super du redest doch die ganze Zeit meine Güte und dann hältst du mir nicht mal die Tür auf ich glaub ich werd hier verrückt du redest du und dann wenn du einen Mega-Power-Trank mischen willst musst du zunächst den Kessel aktivieren du musst schnell auf die drei Symbol-Tasten drücken die dir angezeigt werden damit sich der Kessel füllt wenn du es schaffst deinen Kessel zu füllen was ich stark bezweifle du kannst den Kessel aktivieren um da den Zaubertrank herauszuholen. Du bist dran, Potter. Sag doch einfach, dass ich scheiße bin. Brauchst mir nicht so unterschwellig zu sagen. Machen wir das mal kurz. Tja. Was sagst du jetzt, Snape? Was? Komm schon. Oh Gott. Nicht der schon wieder. Oh Gott. Oh Gott. ok das will also irgendwas damit zu tun haben ich das auf ihn wenn er da drauf steht ja das war es ok stelle ich mal bitte hier auf die plattform oder auf das gitter und heb sehr schön so hi raymond na komm holen wir deine katze wenn wir es jetzt nicht machen müssten aber komm wir sind heute mal ganz nett wir holen raymond's katze da ist sie nicht das ist sie auch nicht ok wo ist raymond's katze so wie ich an ihr vorbeigelaufen ja hier na mietze kätzchen ja ich weiß ich weiß komm wollen wir uns den schokofrosch komm 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 ich weiß ich bring dich nach hause ja genau möchtest du mir noch was sagen ne ich weiß nicht keine ahnung ich weiß auch nicht warum ich hier unten bin aber wie hast du dich in die box versteckt das würde ich schon gerne wissen ja die um die wioser vielen dank vielen dank ich wünsche dir viel spaß mit der kätzchen wir sehen uns ich glaube da schläft jemand da geht die tür auf oder die plattform hoch die plattform hoch dann können wir uns die bohne auch noch schnappen und die tür auf ich glaube wir müssen erst hier rein hier kommen wir nur zurück zurück ok warte mal oh Gott oh wir haben es irgendwie noch geschafft ok puh dann machen wir es so und oh geschafft wir sind klasse ach aber bitte nicht runterweinen sehr schön ah so 9 10 11 12 13 14 sehr gut dann gehen wir noch in den nächsten Raum und dann gehen wir noch in den nächsten Raum und dann gehen wir noch in den nächsten Raum dann gehen wir noch in den nächsten Raum 14 dann gehen wir noch in den nächsten Raum ok wie war das rätsel noch mal der letzte hebel aber ich hoffe wir brauchen noch den schlüssel ja okay dann schläft er noch haben wir geschafft dann kann uns jetzt ja egal sein dann soll er mal ruhig weiter schnarchen sooo das war knapp gut okay machen wir es so kommen wir runter gesundheit so jetzt er hier und gesundheit sollen wir auch gehen habe ich dann eingesammelt ja habe ich gut dann sind wir hier und haben die feuerfliegen zwischen gut fast geschoben aber sonst so in ordnung ich habe nicht gedacht dass du so schnell zurück kommen wird ist gib mir die feuerfliegen warum warum haben sie es nicht gedacht lass mich jetzt in frieden potter dein unterricht in verteidigung gegen die dunklen künste mit professor fängt bald an und du bist schon zum glück ist es ja direkt gegenüber von daher sehe ich kein problem aber gut dann würde ich aber sagen sehen wir uns in der nächsten folge hier bei harry potter und der steine weisen wenn wir dann zu professors gröbel gehen bis dann und tschüss Untertitelung des ZDF, 2020